Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Jani Serra muss erneut passen, Urheberrecht, Getty Images, die deutsche U21-Nationalmannschaft muss auch am kommenden Dienstag beim Härtetest in England, 20.45 Uhr, auf Jani Serra verzichten. Der 21 Jahre alte Stürmer von Zweitligist Holstein Kiel kann wegen eines Infektes nicht wie geplant zur Mannschaft stoßen, teilte der DFB nach dem 2-2, 2-0 der Junioren gegen Frankreich am Donnerstagabend in Essen mit. Vorsichtlich wird auch Lukas Enmecha gegen seine ehemaligen Kollegen nicht zu seinem Debüt in der deutschen U21 kommen, der DFB wartet noch auf die Spielgenehmigung von der FIFA für den England-Legionär. Das klappt wohl noch nicht bis Dienstag, sagte Joti Chatz Schilexiu, sportlicher Leiter Nationalmannschaften, bei Eurosport. Punkt. Kunz hatte den gebürtigen Hamburger Enmecha, der von Englands Meister Manchester City an Zweitligist Preston North End ausgeliehen ist und alle englischen Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen hat, erstmals für den DFB-Nachwuchs nominiert. Punkt.